Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikobst. Heute mal mit Unterstützung von Dominik von dem Kanal iDomics. Link findet ihr auch hier oben links. Machen wir ein Video zusammen mit dem Thema. Wir switchen heute von einem sechs Jahre alten Windows Laptop auf das aktuelle iMac 21,5 Zoll Modell. Und so sieht das angesprochene ältere Windows Teil aus. Wir haben es hier mit einem Toshiba Gerät mit Windows XP zu tun. Und so sieht natürlich das neue Gerät aus. Hier ganz kurz überfliegen wir einmal das Unboxing des 21,5 Zoll iMacs. Mitgeliefert neben dem iMac natürlich auch diverse andere Sachen, die wir euch noch zeigen werden. Hier erstmal der iMac selbst, sehr gut verpackt. Muss natürlich von diversen Folien erstmal befreit werden, die den iMac während des Transportes schützen sollen. Zum Beispiel hier auch für das Display. Jetzt auf der Rückseite ganz kurz die Anschlüsse zu sehen, die wir dort haben. Und in der Packung, die wir eben gesehen haben, natürlich die Tastatur, diverse Anleitungen, die Magic Mouse. Mittlerweile kann man auch das Magic Trackpad wählen. Und natürlich Installations-CDs, DVDs für macOS und iLive, das mitgeliefert wird. Der erste Schritt beim Wechseln ist natürlich, die wichtigen Daten zu sichern, die man noch auf seinem alten Laptop hat. Dadurch geht man einfach den Windows-PC durch, sichert Bilder, Fotos, Videos, um was man auch immer wichtig empfindet. Und speichert das Ganze auf einem externen Medium, wie eine externe Festplatte oder SD-Karte. Zweiter Schritt ist Einrichten des Macs. Das geht ganz schnell. Einmal aufstellen das Gerät, so wie man es haben möchte. Tastatur und Maus verbinden sich kabellos via Bluetooth. Das Gerät hinten links einschalten und sich durch den Startguide führen lassen, der einem alles einfach wunderbar erklärt, wie es zu machen ist. Nachdem man den durch hat, bootet der Mac und beim ersten Start, den seht ihr hier live, ist das Ganze eigentlich schon im Grunde komplett eingerichtet. Das heißt, ihr kriegt noch ein kurzes Intro, wie gescrollt wird, da sich das bei Line geändert hat. Und wir demonstrieren hier mal, wie einfach das Ganze ist anhand des Druckers. Zum Beispiel hier in Drucker einfach Plus drücken, Drucker wird gesucht, konfiguriert, alles von alleine und schon ist der Drucker fertig eingerichtet. So, nach diesem Speedrun vom PC zum Mac gewechselt, einmal nochmal kurz zusammengefasst. Wichtige Daten auf einem externen Medium vom PC sichern, dann den Mac einrichten, hinstellen, einmachen, den Durchlaufguide sozusagen befolgen. Die Daten, die man vorher gesichert hatte, dann auf den Mac kopieren, E-Mail-Accounts und so weiter einrichten. Und dann ist man im Grunde auch schon fertig. Wer noch Hilfe braucht oder sonstiges, schaut am besten beim iDomics auf den Kanal. Der hat viele, viele Videos, die euch helfen, den Umstieg zu machen. Im Grunde erklären sich aber auch die meisten Sachen von selbst. Aber es gibt ja noch viele Fragen, also schaut am besten beim Kanal von iDomics vorbei. Dort gibt es mehr als eine Handvoll Videos, die euch den Umstieg vom PC zum Mac erleichtern sollten. Das war's, vielen Dank an iDomics für dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.